Sehr geehrte Damen und Herren, das heutige Projekt wäre ein Zweifamilienhaus in Weißenbach an der Tristing, befindet sich in Berndorf und zu Wien sind es ungefähr 45 Kilometer. In Leobosdorf hätten wir die Autobahnausfahrt. Wie gesagt, dieses Zweifamilienhaus besteht aus 170 Wohnnutzfläche, im Erdgeschoss haben wir eine Wohneinheit und im oberen Geschoss haben wir eine zweite Wohneinheit. Die Grundstückgröße wäre 1090 Quadratmeter groß, das ist das ganze Grundstück und wir haben zwei Autoabstellplätze und wir sagen kaufpreismäßig Verhandlungsbasis 539.000 Euro. Wenn Sie diesbezüglich mehr Fragen haben sollten oder mehr Informationen haben wollen oder Fotos, bitte rufen Sie uns an. Dream Immobilien, Welsmann Erkan, begrüßt Sie! Dream Immobilien, Welsmann Erkan, begrüßt Sie! Dream Immobilien, Welsmann Erkan, begrüßt Sie! Dream Immobilien, Welsmann Erkan, begrüßt Sie!